Diese GraviTrux-Bahn geht 10 Minuten lang und damit ist sie die bisher längste GraviTrux-Bahn, die jemals gebaut wurde. Ein neuer Weltrekord. Und dieses Projekt haben ich und der Kanal GraviBahn, schaut gerne bei ihm vorbei, Link in der Beschreibung, mit unserem gesamten GraviTrux für euch gebaut. Und zwar als Dankeschön. Und zwar für mittlerweile schon 2000 Abonnenten, die diesem Kanal folgen. Und es werden immer mehr. Danke für die Unterstützung an jeden Einzelnen. Es gibt mir immer wieder die Ideen für ganz neue Bahnen. Einfach danke für alles. Diese Bahn ist für euch. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Ist sogar One Take gefilmt. Und jetzt Vorhang auf für die längste GraviTrux-Bahn der Welt. und jetzt vor allem Thema Haus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020